Also fahren wir in 10 Minuten. 10 Minuten? Das ist dumm. Muss ich dann zum runterfahren? Muss ich nicht, ja. Ich rede, bin grad... Ja, also wenn dann, tu mal... Ich rede doch! Ich rede doch! Ich weiß. Oh, f***ing an! Tür zu! Tür zu! o, 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 o? Eindruck? Das ist ein Kamerad, ja, das ist bestimmt Ja, der ist, äh, andere, also nicht gerade schon, sondern Der ist ja ogen, oder, oder? Der ist doch fast nicht vor Ort, ja? Nein, nein, nein oder? Oh, steh dich auch mal, nein Der Moral kommt auf die Tür Nein, nein, nein